Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf dem BlackColorReloader Kanal. Ich bin der Hitcher, wir spielen Minecraft Infinity Evolved. Wir brauchen noch einen Glider, damit wir unser Jackpack auch effektiv nutzen können. Dazu brauchen wir Leder. Da unser Kuhfarm noch nicht allzu weit ist, holen wir uns hier jetzt mal ein paar Leder abwerfen. So, wir haben schon mal ein paar erledigt. Wie viel Fleisch haben wir auf jeden Fall gekriegt. Oh, da ist auch noch Leder. Zwölf Leder brauchen wir. Achtung mal. So, unten ist noch einer. Äh, elf. Oh, ein Leder noch. So, Leder haben wir zusammen. So, die passenden Boots dazu müssen wir uns auch noch bauen. Diese Boots, wo man nicht so viel Damage kriegt. Ähm, wo wir gerade auf dem Weg sind, können wir das auch mal direkt erledigen hier. Mal wieder austauschen. So, kann das mal wieder brutzeln. Ach, doch, der langsam. So, der ist auch schon wieder voll. Schon wieder voll. So. So. Das mal weg. So, da machen wir uns jetzt erstmal die Kleider. So, da haben wir den Kleider. Warte. Das Leder passt mal weg. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ähm, mit dem Blut. 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 So. Nein. Life Essence ist das. Blut. 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 Nein. Blut. 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 Da kriege ich nur mit Rotten Flash. Schade. Okay. Dann müssen wir das Rotten Flash demnächst nicht mehr jerken hier. So. das stellen wir jetzt wieder auf und dann probieren wir mal den gleiter aus ob das jetzt funktioniert so leider kleiner haben wir den anlegen nicht ach die musste man jetzt kann man nämlich einfach aufsteigen und dann können wir geleiten und dann verbrauchen wir keine energie ist das toll das ist toll wenn ich nochmal drücke jetzt gucken wir aber ob wir uns die boots bauen können hier ist nämlich jetzt schon wieder ein bisschen energie da das lassen wir uns jetzt mal auf linksen so dann müssen wir mal gucken diese boots da sind sie brauchen wir longfall boots da brauchen wir vier diamanten für die haben wir aber nicht mehr dann nur ein ob wir haben sind super diamanten knapp wir müssen unbedingt diamanten haben aber das kann man jetzt mal gucken das wäre vielleicht eine idee moment unser jetpack mitnehmen weil wir haben ja hier schon ein paar löscher das hier nicht so wie ich mir das vorgestellt habe da hinten ist wasser das hier hinten aber lassen wir einfach mal die wasser quelle ok da ist sie um da man ein kupfer kupferbusch jetzt mal ein bisschen beleuchtung das hier das hier gold gold knappheit aber sonst erst mal nicht stören wir sind ja auf der suche nach diamanten so das wasser das geht erst mal runter was mir hier noch alles schönes schönes finden ja politisch wasser mitnehmen Ah, something big. So, leider sind hier jetzt keine Diamanten. Ah, boah, jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung geht denn unser Gedöns hier. Genau, oben fliehen wir. So, unser Ding ist da hinten, also können wir Richtung... Also können wir eigentlich diese Richtung, können wir mal graben. Hier oben es zukommt... Irgendwas entdecken. Gar nix. Um... So. Okay. Oh, nice. was ist noch den haben wir mal reparieren wieder beziehungsweise auch bald mal wieder einen neuen bauern mit jetzt tun das auf jeden fall auch gut so was kann man denn mal wegschmeißen das schmeißen mal weg das und brauchen auf jeden fall wenig es ist da irgendwelche erze nehmen wir natürlich auch geliebt gerne mit erz es 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 wasser quelle wasser quelle habe Oh, da oben zieh. Äh, die weg und die weg. Ja, das sieht doch gut aus. Ich muss mal gucken, ob wir hier irgendwo ... kann man technisch gleich was finden. Okay, jetzt Eisen, Elektrolyte ... Na gut, das Eisen nehmen wir auf jeden Fall mit. Die nehmen wir auch mit. Keine Diamonds. Ja, übel. Loll. Schnell wieder zu. Nö. Enderman. Scheiße. Die Schaben, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Wartet, Leute. Muss was los werden. Äh, wartet, 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 wartet. Wie viel Energie haben wir noch? Okay. War ein Enderman. Habe ich ihn? Irgendwas habe ich gefangen, ich weiß nicht was. Ich hoffe, es ist der Enderman. Enderman! Wunderbar! 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 Wir haben einen Enderman. So, das ist schon mal sehr wichtig für später. Wenn wir uns eine ... Eine Falle bauen. Äh, eine, eine, eine. Oh! Nein! Nein, 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 nein. Oh, leil. Ja, das ist der Cloud, wenn er die ... ... die Tür nicht zumacht. Ist jetzt schon wieder? Mein Scheiß geht da weg. Das ist echt zum Kotzen. So, dann tun wir mal den Enderman auf jeden Fall mal hier ... ... sichern. Ähm ... Das kommt auf jeden Fall da rein. Ja, das wirst du mal jetzt gleich verbutzen. So, dann können wir hier mal ... Oh Gott, ey. So, fülle ich das. Ähm ... Das da rein. Dann wird mal Blut kriegen. Und dann machen wir noch Eisen rein. Da brauchen wir auf jeden Fall. Das müssen wir reparieren. So. Ist ja kürzelt da nicht drauf, ja. Dann müssen wir hier ... ... was ... ... weitermachen. Ähm ... Okay. So, machen wir hier mal ... ... äh ... nein. Zack, zack. Machen wir da den Kupfer hin. Und machen das wieder zu. So. Jetzt müssen wir uns einen XP-Drain wieder bauen. Den haben wir ja gerade ... ... das wird zerstört worden hier. So, haben wir dann auch wieder repariert. So, haben wir jetzt hier alles noch am Start hier. ... das da rein. Boah, das ist aber wenig. Das ist aber wenig. Das ist echt wenig. Da hätte ich gedacht, das ist was mehr. Ähm ... ... Aluhite 23. Ähm ... Achso, die habe ich schon reingetan. Ähm ... ... hier mal gerade Gold machen. Okay. Dann würde ich das machen hier. Da rein. Okay. Okay. Okay, Leute. Äh ... dann ... ... sind wir soweit ein ... ... So. Eigentlich wieder durch. Ich stelle jetzt die ... Ah, da war's. So. Ja. Ähm ... Was haben wir gemacht? Wir gehen jetzt noch mal gucken, ob der Turtle schon was hochgebracht hat. Äh ... Da läuft alles. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich bald ein Platzproblem hier in unserem ... ... Dings. Wir müssen unbedingt den Fieder bauen. Noch ... ... geht es. Wir können mal gucken, ob ... ... ähm ... ... da braucht man ja diese ... ... Möhren. Mal gucken ... ... wie weit die Möhren sind ... ... sind die 15% erst. Das dauert also noch was. Ähm ... Wir lagern erstmal den ganzen Müll wieder ein. Oh, da ist noch ein ... ... Dings. Äh ... voll, ne? Okay. Massen wir das auf jeden Fall ... ... da rein. Gehen noch mal eben zum Turtle gucken, ob der schon wieder oben war. Oh, da ist noch auf dem Weg ... ... auf dem Weg nach unten. Okay, liebe Leute. Das soll es erstmal gewesen sein, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Däumchen da. Die Folge war wieder was länger. Ähm ... Schreibt gerne was in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.